Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch ein Unboxing vom Fressnapf machen, weil da haben wir Sachen bestellt von unseren Haustieren. Wir haben nämlich Katzen und ein Haar und Aquariumfische. Ich schneide jetzt mal die Katzen ab. So, Reklame. Dann haben wir da einen Luftschlauch für die Brandpumpe, dass mir Sauerstoff reingeht für das Aquarium. Dann haben wir eine Trinkflasche für den Hasen, weil die eine ist mir letztes Mal aufgefallen. Da haben wir nämlich zwei gekauft. Genau, die sind recht gut für den Hasenstall zum befestigen. Dann haben wir für die Katzen so Sticks gekauft. Und ein Big Set, da sind 50 Stick drin mit Rind, Huhn, Fisch und Hase, Kaninchen. Das sind für unsere Katzen. Und dann haben wir noch einen Katzensand bestellt. Der ist recht klumpenbildend. Der ist am besten. Ich finde den am besten. Weil da fällt die Klumpen nicht auseinander. Die bleiben fest, wenn man ein wenig schüttelt. Und den kann ich jedem nur empfehlen. Von der Marke. Und davon haben wir drei Stücke. Und dann passt das auch schon wieder. Daumen aktivieren, Glocke aktivieren und vielleicht noch Kommentare schreiben. Darauf würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.